Großbrand in einer Raffinerie im Süden des Libanon. Erst nach mehreren Stunden gelingt es Feuerwehrleuten, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Kilometerweit waren riesige Rauchwolken zu sehen. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Das Sakhani-Werk umfasst auch ein Stromkraftwerk. 15 Prozent des Treibstoffs im Libanon werden hier gelagert. Das Land hat derzeit mit einer der schwersten Wirtschaftskrisen weltweit seit 1850 zu kämpfen. Benzin und Medikamente sind knapp. Erst am Samstag hatten zwei Kraftwerke den Betrieb eingestellt, weil ihre Ölvorräte erschöpft waren. In der Folge kam es zu einem landesweiten Stromausfall. Seit Sonntag ist die Stromversorgung in begrenztem Umfang wiederhergestellt.